Jetzt wüsste man ja noch das Bankheimies lüften. Da ist man ja aber die Bankdelle von oben. Heisser kommen. Oh nein, es ist nicht gut. Hallo? Hallo? Ja, grüße. Da ist Hummer. Grüezi, Frau. Äh, bin ich da recht? Ist dort drei fiese Bank? Ja. Ja, dann habe ich ja gerade Glück gehabt. Schau, äh, könnte ich von euch ein wenig Geld haben? Ja, die haben doch nur, oder? Ja, ja, ja. Ja, ob ich ein Haus mal kaufen? Oder, äh, Bauer? Nein, 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 nein. Nein, nein, es ist kein Haus. Nein. Nein, nein, ich will auch kein Auto. Äh. Für wen? Ja, für meinen Lebensunterhalt. Und für den vom Käsemann. Ja. Wie viel? Ja. Ich habe gedacht, etwa 500 Franken. Ja. Da könnte jeder kommen. Ja, eben nicht. Ich habe eben nicht gekommen. Verhindert? Nein, eigentlich nicht mehr. Wo ich bin? Ich bin auf der Weifwiesenbank zurückzugeben. Aber, äh, ich gebe dir kein Geld. Könnten Sie mir nicht 500 Franken bringen? Sie können nicht. Ja, die Abitent bringt mir aber die Medikamente auch nicht. Ja. Aber wenn ich dort 500 Franken stelle, dann zahle ich das Doppelte. Ja. Wenn ich ein Konto habe. Ja, natürlich habe ich ein Konto. Ja, bei der Weifwiesenbank bei euch zu zeigen. Ja, ich soll es Ihnen kommen holen. Ja, das geht oder nicht? Wieso nicht? Wenn ich aufstand, macht die Reifwiesenbank die Sitzel zu. Das ist ein bisschen zu überholen. Danke. Das ist ein bisschen zu überholen.